Im heutigen Video geht es um die FreeBuds 4 von Huawei. Huawei gibt richtig Gas. Habe ich euch doch erst gerade vor kurzem das Band 6 vorgestellt. Video ist natürlich oben verlinkt und euch auch ein Vergleichsvideo von Band 6 und der Watch Fit gezeigt. Gibt es jetzt schon wieder was für auf oder besser gesagt in die Ohren. Denn die FreeBuds 4 sind Open Fit Active Noise Cancelling Ohren, das heisst die gehen euch ins Ohr, nicht so tief, aber sie haben dennoch ein bisschen ANC intus. Was die Kopfhörer sonst noch können, was hier alles mit drin ist etc., das schauen wir uns hier im Video an. Und wie immer, ich habe hier Kapitelmarken im Video. So könnt ihr auch dahin hüpfen, wenn ihr zum Beispiel kein Unboxing mögt. Gleich zum Fazit oder der Konfiguration oder eben was ihr dann halt auch immer sucht in diesem Video. Bei den FreeBuds Pro habe ich mich für die Farbe Weiss entschieden, beim 4i für die Farbe Schwarz, beim 4 Modell habe ich mich logischerweise dann für die nächste Farbe entschieden und das ist Silver Frost und kommt in etwa so daher. Das Case ist ein Stückchen kleiner als der Vorgängermodell, die 3er. Übrigens könnt ihr den Testbericht dazu im Pocipsi.ca Blog nachlesen, werde ich unten und oben verlinken, aber auch die Kopfhörer, sieht man die hier drin? Genau. Auch die sind geschrumpft und das auch im Gewicht und das schlägt sich unter anderem auch beim Feeling an, aber dazu komme ich dann beim Unboxing nachher genauer zu sprechen. Spult mal zurück, denn die habe ich natürlich noch gar nicht ausgepackt. Jetzt geht es erstmal runter zum Unboxing. Die Verpackung ist gleich geblieben wie schon bei Vorgängermodellen Huawei FreeBuds 4, also der Produktname, das Logo und um was es sich genau handelt. Das sind Open Fit Active Noise Cancelling in der Version 2.0 und Studio Grade Sound. Dann das Produkt selber, zum einen das Case, aber auch die beiden AirPods, äh FreeBuds und auf der Rückseite nochmals ein paar Highlights. Eben, dass es Open Fit Kopfhörer sind, dass sie aber dennoch Active Noise Cancelling beherrschen, dass sie einen weiten Range haben, bis zu maximal 40 Kilohertz, dass sie Touchbedienung haben, Wireless HD, Dual Device Connection und bis zu 20 Stunden im Case und in den Kopfhörern. Aber jetzt würde ich doch sagen, schlitzen wir die mal auf und schauen, was da drin ist und ich wage mal so weit schon mal voraus zu orakeln. Es wird uns nix überraschen, da ist drin, was immer so drin ist. Voilà. Das Produkt selber. Kommen wir nachher gleich zurück. Dann haben wir ein USB-A auf USB-C Kabel und dann gehe ich mal, ups, schwer davon aus, dass hier noch ein Haufen Papierkrieg ist, wo alles Mögliche drinsteht in verschiedenen Sprachen und natürlich eine Anleitung, wie man zum Beispiel die Gestensteuerung nutzt. Und irgendwo ist noch ein QR-Code drauf, worüber ihr die AI Live App von Huawei herunterladen könnt, sofern ihr die noch nicht habt. Für Android, für iOS und auf der App Gallery von Huawei selber logischerweise. Das Produkt selber. Und jetzt kommt eben das. Ich habe das Vorgängermodell noch zu Hause. Das ist bei meiner Tochter. Aber ich merke schon beim in der Hand nehmen, es ist kleiner geworden. Es ist gefühlt auch leichter geworden. Ich glaube, irgendwie 20 Gramm hat Huawei hier angesagt. Ansonsten bleibt sich alles beim Gleichen. Auf der Vorderseite habt ihr eine Status-LED rückseitig. Oh, nicht mehr der Spiegel. Hier haben wir sonst fast immer, so wie hier bei den Pro-Modellen, eine Spiegelrückseite gehabt. Das weicht jetzt einer schwarzen Fläche, zumindest hier beim Silver Frost Modell. Gibt es übrigens in Keramik White und Silver Frost die vierer. Was haben wir noch? Seitlich hier noch der Knopf fürs Initiale Connecten. Und unten natürlich die USB-C-Schnittstelle. Und dann, oh, schick sehen sie aus, diese Silver Frost. Hier beginnt es dann auch initial zu blinken. Das heisst, die Kopfhörer befinden sich jetzt schon im Pairing-Modus. Und suchen sich ein passendes Smartphone, was hier hinten gerade auf der Ladestation liegt. Auf dem Smartphone braucht ihr zuerst mal die AI Live-App. Dann öffnet ihr das Case nochmals. Und dann sollte normalerweise hier unten gleich das Ganze von alleine kommen. Voilà, die Free Buds 4 sind da. Darauf drücken, jetzt sind wir schon. 62 ist im linken, im rechten 63%. Und das Case habe ich gar nicht mehr gesehen. Habe ich jetzt das verpasst? Dann hätte ich nicht so lange sprechen sollen. Probieren wir es nochmals. Schon sind sie drinnen. Und hier sehen wir die Werte nochmals. 62 links, 63 auf dem rechten und 57 auf dem Case selber. Und dann als erstes gehen wir natürlich mal schauen, ob es schon eine Aktualisierung gibt. Sind auf dem aktuellsten Stand. Gut, das ist in dem Fall schon mal nicht möglich. Ah, jetzt doch. Kommt doch noch was runter. Und dann laden wir doch das schnell. Das Update ist eingespielt. Die Kopfhörer sind auf dem neuesten Stand. Dann gehen wir dochmals kurz noch durch die anderen Punkte durch. Was haben wir hier? Die Anzeige des Status des jeweiligen Akkus. Also links Kopfhörer, rechts Kopfhörer und des Cases selber. Das Verbindungscenter. Hier seht ihr, welche Geräte damit verbunden sind. Und welches das bevorzugte Gerät ist. Weil es kann bis zu zwei Geräte gleichzeitig gekoppelt werden damit. Kurz vor der Veröffentlichung dieses Videos ist noch ein Update gekommen. Zwar nicht für mein P40, aber beim P30 Pro. Und das möchte ich euch noch kurz zeigen. Denn bei den Einstellungen. Und jetzt muss ich zuerst mal den Kopfhörer verbinden. Was zum Glück sehr schnell funktioniert. Voilà. Ist hier was dazu gekommen, dass wenn man bei der Rauschunterdrückung, kann ich hier jetzt den Modus auf Gering und Standard setzen. Aber viel wichtiger, bei der Tonqualität, bei Audioaufnahmen kann ich bestimmen, ob es Stimmenaufnahmen sind oder ob der Fokus auf die Umgebung gesetzt werden soll. Je nachdem entsprechend setzt dann den Fokus bei der Aufnahme auf das jeweilige. Eben auf die Stimme oder auf die Umgebung. HD-Anrufe hatten wir vorher schon. Und hier, was ich ein bisschen schade finde. Und mittlerweile habe ich auch das finale Feedback von Huawei. Ich finde es schade, dass man beim Equalizer nur Standard Bassverstärker oder Höhenverstärker wählen kann. Mir sind ja, wie ich immer schon gesagt habe, die Huawei-Kopfhörer immer ein bisschen zu basslastig. Nicht extrem schlimm, aber für mein Empfinden zu basslastig. Für meine Musik und meine Art Podcasts konsumieren. Und hier hätte ich gerne ein granulares Einstellungsverhalten gehabt. Oder eine Möglichkeit, um das besser einzustellen. Auch hierzu blende ich wieder mal das Video zu den Sennheiser Kopfhörern ein, als Beispiel. Diese drei bleiben bestehen und es ist aktuell auch nicht geplant, dass das in einem kommenden Update irgendwie per Software nachgeliefert wird. Aber jetzt gehen wir wieder zurück zum alten, eigentlichen Video. Dann kommen die Gessen dran und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr zweimal tippen und dann bestimmen, was es kann. Dann könnt ihr gedrückt halten, bestimmen, was es kann. Zum Beispiel Geräuschinterdrückung ist aktiv, wenn ihr das aus dem Case nehmt und nicht selber umstellt. Und es gibt die Möglichkeit noch mit dem Darüberstreicheln von oben nach unten und von unten nach oben. Im Default-Modus ist das die Lautstärke, welche ihr damit anpassen könnt. Voilà. Dann lassen sich die beiden Örohrhörer finden. Dazu gibt es eine kleine Warnung, wenn ihr das tut. Und dann gibt er einen ziemlich lauten Ton weg. Von dem her ist das sicherlich nicht verkehrt, wenn ihr die Warnung ausspielt. Und können natürlich auch beide gleichzeitig suchen. So, deaktivieren wir ihn wieder mal. Aber schön, wie das umgesetzt wird, auch hier mit dem Visuellen, dass man sieht, ist es links oder rechts. Voilà. Ups, jetzt muss ich hier wieder raus, sonst quietscht es ein bisschen. Dann habt ihr noch Einstellungen, die ihr vornehmen könnt. Es gibt die intelligente Tragerkennung, die ihr ausschalten könnt. Standardmässig ist sie an. Das heisst Kopfhörer aus dem Ohr, macht Pause und wieder an, wenn man es wieder reinstopft. Und unter Hilfe gibt es noch ein paar Informationen zu den Kopfhörern selber und Möglichkeiten. Was haben wir hier oben rechts noch? Auch Geräteinstellungen und das Gerät entfernen. Und das wäre es dann auch schon. Jetzt würde ich sagen, ab in die Ohren damit und dann Test hören. Und euch nachher kurzen Feedback dazugeben. Ein erstes. Im Gegensatz zu den Pro, die man kaum hier aus dem Case rausbringt. Kaum ist übertrieben. Wenn man ein bisschen Übung hat, funktioniert das recht gut. Indem, dass man sie einfach so packt und dann rauszieht. Die vier haben einen stärkeren Magnet, aber lassen sich dennoch gut und einfach und schnell aus dem Case nehmen. Je nach Jeans, die ihr anhabt, bekommt ihr dieses Case sogar in einen kleinen Sack. Also in die kleine Hosentasche, die seitlich auf der rechten Seite mit verbaut ist. Was mir gleich aufgefallen ist, ist die Verarbeitungsqualität. Das Knacksen ist angenehm, es ist laut, es gibt einen schönen Ton. Was mir aber zuerst ein bisschen, ich würde nicht sagen negativ aufgefallen ist, aber das Gewicht, hier sind es nochmals zwei Gramm leichter. Das Ganze fühlt sich sehr, sehr einfach an. Nicht billig, aber einfach. Wenn man den Earpad aber dann in den Fingern hält, das schöne glänzende Material etc., dann merkt man auch gleich wieder, dass es doch nicht ganz so günstig ist, wie man es eben im ersten Augenblick erwartet hat. Dann kommt natürlich wie immer der Hörtest, wenn das Ganze verknüpft ist und man dann ein Stückchen Musik abspielt usw., dann merkt man, hier ist ein bisschen was drin, was auch Sound rausgibt. Und es ist wie immer, wenn man OpenFit Kopfhörer liebt, wie die AirPods zum Beispiel, denen die gar nicht ähnlich sehen, dann mag man natürlich sowas, wenn es nicht zu tief ins Ohr geht und vor allem nicht komplett abschliesst. Das ist aber nicht jedermanns Ding. Deshalb gibt es auch Alternativen hier im Huawei Sortiment. Wenn einem das aber liegt, hat man hier einen einfachen kleinen Stöpsel, der hier schön anliegt, mit dem man gut Musik hören kann, Podcast konsumieren, ein Hörbuch oder auch irgendeinen Film schauen kann. Ich habe sie jetzt seit knapp einer Woche im Betrieb und kann euch noch kein Fazit liefern. Logischerweise tue ich das erst, wenn ich sie zwei, drei Monate im intensiven Test gehabt habe. Ihr kennt das, von pokipsi.ch-blog gibt es einen jeweils ausführlichen Testbericht. Was ich jetzt aber schon sagen kann, ist, die Verarbeitungsqualität ist toll. Sie fühlen sich gut im Ohr an, wenn man, wie gesagt, solche Kopfhörer oder die Art des Kopfhörers mag. Die Touch-Bedienung lässt sich individuell anpassen, so wie man es gerne möchte. Lautstärke etc. Unter Android funktioniert das gut. Natürlich könnt ihr die aber auch mit dem iPhone nutzen. Da funktioniert zum Beispiel die Lautstärke-Regelung nicht, aber die beiden anderen Touch-Gesten funktionieren. Kann ein Bug sein, kann sein, dass es beim Firmware-Update noch behoben wird, ist aber nicht so schlimm, wenn man es weiss. Beim Telefonieren aber auch bei Aufnahmen von Audio-Materialien oder Einsprechen von irgendwelchen Messages oder eben Audio-Messages besser gesagt. Da kommt hier die HD-Qualität zugute. Huawei sagt hier, dass die Aufnahmequalität bei 48 Kilohertz liegt. Das ist grundsätzlich bei CD-Qualität. Ich als Podcaster mag das natürlich, weil das genau das Level ist, wo wir auch mit unseren Aufnahmegeräten arbeiten. Das muss sich aber im ausführlichen Test noch zeigen, ob das wirklich so gut ist und so gut klingt. Denn bei ersten kurzen Tests, die ich so gemacht habe, hatte ich das Gefühl, dass hier ganz viel Huawei Magic mit reinspielt. Huawei Ai Ai und so weiter, die dann eben auch Umgebungsgeräusche rausfiltert, die Stimme versucht rauszunehmen etc. Und da muss ich noch wirklich ganz gut anhören, ob das wirklich dann so gut ist und so, wie man es schlussendlich haben möchte. Und ob ich mit sowas auch einen Podcast aufzeichnen könnte, im Notfall. Das muss man sich ein bisschen genauer anschauen. Und dafür hat es in der ersten Woche einfach nicht gereicht. Das werde ich dann, wie gesagt, im ausführlichen Testbericht auf dem pokipsi.ch-Blog nachliefern. Auch zum Thema Akku kann ich hierzu noch nicht allzu viel sagen. Natürlich weiss ich, was ich in den ersten paar Tagen der knappen Woche erlebt habe. Aber das ist wie immer nicht repräsentativ. Und das möchte ich euch dann in der Langzeiterfahrung weitergeben. Wer rein die Specs liest von 4i und von dem Pro und das mit dem 4 vergleicht, da könnte man meinen, dass es eben diese 20% Akkuabfall dramatisch sind. Das hängt aber immer vom Nutzungsverhalten ab. Wenn ihr sie normal in den Ohren nutzt, ohne Anzieh, habt ihr pro Ohrstöpsel, also links und rechts, ca. 4 Stunden Akkuleistung. Das klingt natürlich auch, wenn man es mit anderen Kopfhören vergleicht. Ich verlinke dazu gerne oben und unten in der Videobeschreibung mein Video zu den Sennheiser Kopfhören. Dann ist man da schon anderes gewohnt. Wenn man hier noch ANC aktiviert, dann kommt man auf 2,5-3 Stunden. Es hängt immer natürlich auch davon ab, auch bei dem normalen Hören ohne ANC, wie laut das ihr hört, wie intensiv etc. Das braucht natürlich auch dementsprechend mehr Akku. Was man aber auch sagen muss, wenn ihr das Case komplett leer habt, wo ihr nochmals knapp 3-4 Mal die Kopfhörer ihr nachladen könnt, dann könnt ihr das Ganze inklusive dem Kopfhörer von 0 auf 100 in 30 Minuten bekommen. Also seid ihr irgendwo mal stationär, im Zug, im Büro oder zu Hause, während des Duschens, Morgenpflege, Abendroutine etc. Einmal an den Strom stecken und schon habt ihr hier Power mit drin, und zwar wieder die volle Leistung. Auch wenn ihr die Kopfhörer kurz mal nicht braucht, Zwischensitzungen, Werner-Sitzung oder wie auch immer, wenn ihr keine Musik und kein Podcast konsumieren könnt, einfach Ohrstöpsel rein und es versorgt sich wieder mit Strom. Das geht auch hier sehr, sehr rasch. Was ich schade finde, Huawei hat sich entschieden, in der Schweiz nicht das Wireless-Modell rauszubringen. Diese können nur über den USB-C-Port geladen werden. Dafür aber eben mit voller Leistung im Fast-Charging-Mode. Somit bleibt es wie immer ein Abwägen und schauen, wie nutze ich persönlich Kopfhörer, wie setze ich das ein für Musik, Podcast hören, brauche ich ANC, brauche ich nicht usw. Und dann kann man festlegen und sehen, ob dieser Kopfhörer für einen passt. Aber wie gesagt, das schauen wir alles noch ein bisschen genauer an. Und nächstens kommt übrigens, und deshalb am besten den Kanal abonnieren, ein Vergleichsvideo. Da schaue ich mir die drei Kopfhörer im Detail an und schaue, was der kann, der kann und der kann. Und ja, wofür sie dann schlussendlich geeignet sind, das dürft dann ihr entscheiden. Wie gesagt, am besten abonnieren. Für irgendwas um die 150 Währungseinheiten habt ihr hier einen tollen Kopfhörer mit ANC. Logischerweise nicht so gut abdichtigendes ANC, wie wenn ihr die weichen Stöpsel habt, wie z.B. den Pro-Modellen oder 4i. Das ist natürlich immer ein Unterschied. Wer aber OpenFit mag, hat hier schon mal ein schönes ANC mit verbaut. Und jetzt würde ich sagen, gehe ich ab und teste das Ganze weiter hinaus und gebe euch dann natürlich eben ein entsprechendes Feedback im Blog. Wer also mag, schaut gerne da mal in nächster Zeit rein und findet dann vielleicht schon den Testbericht dazu. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinschauen in diesem Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Und wenn ihr mögt, wie vorher schon erwähnt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Und wenn ihr Fragen dazu habt, zu diesem oder eben anderen Huawei-Kopfhörern, am besten unten in die Kommentare, schreibt mir eine Mail oder meldet euch über Social Media. Bis dahin bleibt es mir nur Tschüss zu sagen und bis zum nächsten Gadget. Euer Pogipsi. Tschüss.